so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Rometoolover 2 mit den Spartanern und wir sind jetzt letzte runde in Britannia gelandet und haben hier eine fette Schlacht geschlagen unsere 3000 sind leider nicht mehr 3000 waren stark sondern nur noch 2,9 beziehungsweise ja 2,90 zum glück sind die Ikena noch nicht unsere Feinde sonst wäre es knapp geworden auch auch obwohl wir die sofort hatten genau aber das wäre auch echt spannend geworden okay an sich ist der Kampf hier ziemlich sicher ich werde ihn aber trotzdem kämpfen weil der würde dann die da wegschmeißen und der hat 7 fernkämpfer hier also da müssen meine bisschen bisschen dampf machen hier nebe ist ganz gut dann treffen die feindlichen fernkämpfe auch nicht so gut okay die kommen komplett nach hinten die Armee ist gar nicht so erfahren also die erfahrensten sind die kritischen Bogenschützen mit rang 6 aber sonst sind die nur silber und bronze ganz viele die kommen hier hin und die beiden kommen auch hier hoch die da kommen hier runter das nähert sich halt nicht unterstützung sie kommen von hier dann kümmere ich mich mal um die warte ich stelle mich dann so hin die kommen hier hin die kommen hier hin oh die kommen in den wald dann mal viel spaß hier aber das war auf jeden fall schon mal böse okay der will ich hier zu den pferden unsere versteckten einheiten wurden entdeckt nicht scheiße nicht scheiße sondern schade warte dann moment die da können schon weg was machen wir hier der wurde schon ein bisschen dezimiert haltet aus haltet aus das ist Wir töten sie alle! Wir töten sie alle! Das läuft nicht gut. Ja, die Plankler sind halt so krass. Die Plankler sind richtig heftig. Die Plankler sind richtig heftig. Oh shit. Oh shit. Das läuft gerade gar nicht. Wir brauchen euch hier hinten. Wobei... Wir brauchen euch hier unten. Uh, das ist sehr sehr schlecht. Das ist katastrophal gerade. Oh, 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 oh. uiuiui uiuiui schnell schnell runter die da werden werden zusammenbrechen und das ist so richtig bett ja genau das ja solange die überlebt ist alles gut ihr müsst die fernkäufer schützen ihr haut dahin ihr dreht euch um die schlacht wendet sich zu unseren gunsten jetzt rennt mal ihr deppen aber das ist auf jeden fall eine sehr krasse schlacht schnell steht nicht einfach so dumm rum sondern macht was so ok du gehst mal weg so du kümmerst dich um die plänkler du ja auch die plänkler sind heftig das ist das denn hier okay du bist du bist da du kommst jetzt mal an die front zusammen mit der da und denen könnt ihr den mal aufhalten gut so jetzt gehen jetzt ein bisschen voran der general kann auch vorwärts aber also die die fernkämpfer sind halt das was gerade ziemlich heftig ist so aber nicht angreifen wir brauchen die wir brauchen die noch so die da hier die da und hier die da so und die alle gehen hierhin so schnell schnell zacki zacki noch mal schön motivieren alle stadt euch mal hierhin so So, äh, hier die da stellen sich so hin, falls irgendwo hier noch einer ist. Aber ei, ei, ei. Das ist auf jeden Fall eine heftige Schlacht. So. Und hier alle drauf und schnell schießen. So, gut, das war's jetzt. Uiuiuiuiui. Oh, was ist denn der Vorstuhl? Hm, war, äh, keine gute Schlacht. Ähm, ich dachte, die hier reichen aus, um, äh, um Druck zu machen, aber, äh, ja, die Plankler waren's, also hier 126, war schon ganz gut, okay. Also, wie gesagt, ähm, wenn das jetzt ein, ein, ähm, ein echter Spieler gewesen wäre, dann hätten wir mindestens, ja, wäre mindestens die Hälfte von mir gestorben. Ja. Uiuiuiui, das war krass. Aber alle, äh, sind heile, äh, vier Runden. Ähm. Ja, mach ich ne Markstadt draus. Hier, das, da, das kommt weg und... Ah, schade, hier kann ich kein, keine Getreidegrube machen. Äh, hätte ich gerne gemacht. Ähm, ähm, aber okay. So, äh, jetzt muss ich mal schauen, also, der da, ist, glaube ich, auf dem Weg Richtung Britannien. Warte mal, also. Genau, so. Also, einer von den beiden ist noch auf der, auf dem Weg, ich glaube Nightmare, wollte ich, äh, nach Britannia. Hier ist die zweite Legion, oder die zweite Armee, die dann, äh, Camuldonum, äh, einnimmt. Aber jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, weil sonst greift der mit der Forst der Garmee hier an und dann, äh, ja. Wird's heftig. So, äh, der greift hier an. Das ist ein Spion. Die da gehen hier rüber. Das Mann, warte mal, das, das... Die da gehen rüber. Und, äh, die da... Genau. Warte, ich, äh, schau noch mal kurz, was, was das für eine Armee ist. Ah, Tüßt Nieser. Ach, ja, 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 die, die habe ich letztes Mal ausgehoben. Stimmt, die, ähm, macht sich auch bereit. Ach so, okay, ja, das ist die, die, äh, nicht rüber geht. Genau, genau, genau. Letztes Mal war ich nämlich hier, hab die, ähm, seltener geholt und bin dann jetzt außenrum, weil das schneller geht als, äh, über die See. Ähm, du. Und sich muss ich den jetzt jagen, weil das ist halt immer noch ein General, ne, also. Ähm, der kann da jetzt, äh, sehr nervig werden. Okay, Ikenas sind gar nicht so, äh, krass scheiße. Äh, hier einmal ne Fullstack-Armee, hier ne Fullstack-Armee. Okay, die sind nicht ganz so gut. Bemalte sind gar nicht schlecht. Die freien Herr-Banner sind halt hier eins, äh, Dinger. Die da sind kacke. Zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Fernkämpfer in einer Armee sind nicht so schee. So, jetzt, äh, schaue ich mal kurz, äh, was ich hier noch ausbauen kann. Ähm. An sich, ähm, ja, es ist jetzt nur wichtig, dass ich, ähm, äh, ja, an, an Geld komme. Beziehungsweise, äh, Geld behalte und, ähm, ähm, ja, und, äh, Nahrung ist auch wichtig. Und öffentliche Ordnung. Alles andere ist unwichtig. Okay. So, ähm, äh, ja. Futter habe ich, äh, genug. Warte mal, ich... Ich, äh, schicke den mal rüber, damit er die Armee übernimmt. Weil dann kann ich den töten. Beziehungsweise halt auch aus der Armee machen und dann eine eigene Armee hin tun und den dann quasi... Beziehungsweise, äh, nee, ähm, ich kann ja... Ja, nee, warte mal. Ich wollte jetzt, äh, hab jetzt überlegt... Den da... Hm, wie schaffe ich das? Also, ich wollte die ganzen Leute jetzt, äh, quasi zu denen hin tun, aber... Die 501. ist halt... Ist halt krass. Die hat ja, ja, die Stufe 8. Dementsprechend die 501. will ich behalten. Hm. Okay. Hm. Äh, beziehungsweise ich, ich will halt mit der 501. weiter kämpfen. Ich wage es nicht viel für mein Volk zu verlangen. Militärisches Bündnis ist akzeptiert. So, ich bin echt gespannt, wer auf meiner Seite bleibt und wer auf die Seite von Galatien geht. Weil an sich, ähm, also ich bin größer als Galatien. Aber... Aber... Ja... Wer weiß das schon? Also natürlich, die KI weiß das. Ähm... Aber bin ich... Also hab... Also von der Armeestärke bin ich besser als Galatien? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und das rechnet ja die KI aus und dementsprechend sagt sie ja oder nein. Also meistens. Äh, Feind verwundet. Das ist sehr schön. Natürlicher Tod. Politiker. Okay. Äh, Forschung abgeschlossen. Mission erfolgreich. Alter. 50.000 plus. Jetzt haben wir... Also 500.000. Oh, wieso hab ich ja nicht in echt so viel Geld? Ähm, hatte mindestens eine Siedlung in 30 einzelnen Provinzen. Ziel erteilt. Äh, er erfüllt eine Siegbedingung. Wow. Da bek... Wieso? Ey, ich gewinne das Spiel. Als Belohnung bekomme ich 30.000. Lüder. Rang erhöht. So. Okay. Genau, die Taktik habe ich gemacht. Jetzt mache ich hier das da. Schüsse pro Minute. Und Angriffsbonus und Nahkampfabwehr. Das ist krass gut. Okay. So, Bündnis geschlossen. Sardis und... Sardis und Ferrodos. Okay. Gut. Ähm. Wo ist die Armee hin? Hä? Ist die nach hier unten geflohen? Nee. Das ist sehr komisch. Hm. Warte. Ah, ich mache folgendes. Ah, kann ich ja nicht. Verdammt. Okay. Wobei doch. Äh, ich ersetze den durch einen... Äh, von den Feinden. Also... Ich sage das immer so blöd von den Feinden. Aber also es ist halt ja nicht meine Familie. Familie ist das Wichtigste. So. Kommst du mit Normalen? Kommt du nicht drauf, oder? Doch. Sehr schön. Der plündert. Will ich das? Das will ich nicht. Bitte unterlasse das. Wir tun uns Ehren! Danke schön. Ähm, dann Gewaltmarsch wieder rein. So, äh, was mache ich hier? Ein Tempel. Wir müssen ja unsere... unsere... äh, Kultur... da... ähm... da einbringen. So, du marschierst da weiter. Okay, drei Runden braucht er insgesamt. Wahrscheinlich kommt er zu spät. Wahrscheinlich, wenn ich bis dahin schon fertig. Hier ist die... Fanboys von Athen. Interessant. Du gehst da hin und dann... nächste Runde. Geht da nach Tour. Du... marschierst schon mal... nach hier. Ich will mal kurz schauen. Also, ähm... Galatien... Okay, Galatien ist halt echt, äh, schwach. Galatien ist schwach. Galatien hat nur eine... zwei Provinzen. Okay, äh, hier... Ägypten hat... ziemlich reingehauen, ne? Also... Ägypten war... hatte... hat... Ich glaube, die beiden... Provinzen hatte Ägypten davor noch nicht. Okay, wie viele Provinzen haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn... Ne, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, 20, 21, 22, 23, 24, ne, 23. Ähm... Die haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hm. Also Backdrehen wird noch interessant. Bei Galatien wird es ja nur interessant, wer sich... äh, auf die Seite der Galater und wer sich auf die Seite von mir, ähm, wirft. Aber an sich macht es eigentlich keinen Sinn, sich gegen mich zu stellen. Weil wir sind jetzt das große Sporter hier. So, okay. Gut, dann nächste Runde, würde ich sagen. Machen wir... Ähm, ja komm, Ikena machen wir weiter. Dann können wir eigentlich schon anfangen mit Galatien. So, Abkommen mit Galatien. Ja, dann, dann... Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Ich bin mal sehr gespannt. Ah, nee, das machen wir erst in der nächsten Folge. Gut. Danke für euer, ähm, eure Aufmerksamkeit. Ähm, hat einen tollen Tag. Und, äh, ja. Man sieht sich beim nächsten Mal, wenn wir Galatien den Y erklären. Und, wir haben sehr viele gleiche Verbündete. Hm, bis dann. Ja, dann, 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 dann. Ja, dann, 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 dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020